von lasagne wie er das macht so zwiebeln hackfleisch in der pfanne ein bisschen tomatenmark umrühren vermischen zusammen jetzt kommt ein bisschen gewürze so basilikum salz pfeffer süße paprika pulver und so weiter was ich so gefunden habe dann habe ich so ein bisschen tomate reingepackt damit ein bisschen gemüse reinkommt danach tomatenmark und so ein lasagne pulver ding von magi oder was weiß ich oder knurr ein bisschen anputzeln starksahne rein umrühren dann kommen die lasagneplatten rein guck mir wie das aussieht wie das blubbert nicht vergessen den deckel irgendwann drauf zu packen damit die platten richtig durch sind und dann kommt mozarella und käse noch rein packt so viel käse wie ihr wollt einfach drauf einfach ich habe leider nicht so viel und am ende sieht so aus und es sieht einfach keine aus denn das ist